So, dann steigen wir erstmal ein bisschen auf, wir nehmen nochmal Belastung, wir nehmen einmal Veed, mit noch 2 in Stärke. Warte mal, nehmen wir nochmal ein bisschen schick. Ne, wenn wir nach 2000 passen, kann ich mich nochmal aufsteigen? Doch, kann ich. Aber kannst du damit für mehr Ausdauer? So, also wir haben den Riesen weg. Oh, wait, da hinten sitzt ja jemand. Das sehe ich ja jetzt erst. Give me a second. Ich will nochmal kurz zurück. Oh, da sitzt ja jetzt jemand. Oh, da sitzt ja da schon, ja, die sitzt da schon die ganze Zeit. Ah, okay, die sitzt jetzt hier, nice. Sehr gut. Wie ist das also? Ach, ich kann ja auch schon wen rufen. Da auch. Oh, oh, fuck. Oh, da unten ist auch so ein Baum. Eine Infanterie-Achst. Nee, haben wir da, okay. Ah, hier ist da eine Leiter, okay. Ah, okay. Ach du Scheiße, soll ich da jetzt echt drüber springen? Ja, okay. Ein Menschenbild, nice. Da unten sind ein paar Zombies. Wo ist der Hülle? Wo kommst du denn bitte her? Warte mal, warte mal. Steht der dahinter? Denk schon, ne? Kann keiner sein. Okay, da unten ist eine Höhle. Verbrennt's ein bisschen. Okay, warte mal. Man soll wahrscheinlich hier so runtergehen, ne? Oh, oh, da unten sind versteinerte Leute. Oder ein Versteinert, da steht er. Ehrlich, das gefällt mir nicht so. Seele und ein Fackel. Anlager. Ach du Scheiße, okay. Let's ziehen. Ein Lebensstein. Achso, ich hab gar keine mehr. Hm. 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 Fuck, ich hab ein bisschen. Fuck, ich hab einen. Fuck. 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 Komm mal ein Stückchen nach hier, bitte. Jetzt mal Auszauber regenerieren. Gehen wir weg, danke. Na, dann müsste ich keine Waffe weg. Zählen, Infanterierüstung, juhu. Okay, die Frage ist, wie komme ich da hin? Also da oben. Ich finde es ja toll, dass ich hier unten bin. Die ist schon mal schön. Ah ja, okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass das hier gleich alles wegkriegt, wenn ich das hier unten auch sammle? Acht Lebenssteine. Waren das acht Lebenssteine? Ne, drei. Okay. Ich habe gerade verguckt. Holy shit. Truhe voraus, aber Vorsicht, Exzentriker. Kriege ich hier Feuerschaden, wenn ich hier reingehe? Ach ja. Ah, da rein links. Spock nochmal, ist okay. 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 Ja, danke. Langschwert, Feuer. Uh, okay. Ich werde mir mal ganz kurz Sicherheitsherber... ...kürzest erst das einschmeißen. Gut, wir haben es geschafft, wir sind wieder raus. So, jetzt ist die Frage... Tatsächlich, wie komme ich da? Oh, wait, warte mal. Ich habe mich ja noch gar nicht gesehen. Oh, damn it. Du Arsch. Mit Ohren. Okay. Oh, fuck, da kam noch ein Schwung. Abstehen. Freude noch. Okay. 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 So, was ging ich denn hier mit? Ah ja, alter Eisentrachtel, okay. Ach, hier ist er. Hopps. Äh, Fußsoldaten-Shit. Äh, da oben. Achso, was war der hier? Ja, ne. Okay. Mal noch 51. Also, warte mal. Ich habe ja aber das eine Feuerschwert, ne? Äh, da. Kannst du noch dies gehen? Nix im Will. Gut, okay. Oh, hoppala. Hilfe. Schließen. Oh, wait a second. Warte mal. Ja, das geht. Weiß. Christmast-Stein. Hm, da, ne? Stimmt, Licht markiert den Weg. Ah, okay. Geschafft. Der wahre Kampf beginnt, Fragezeichen. Was? Kommt hier nicht durch, ne? Das ist einfach nur so ein... Ja, alles klar. Das dauert Verlust. Du weißt? Manchmal verstehe ich nicht, was die Menschen dann sagen wollen. Hm. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich wieder reinkomme. Na, nochmal gucken. Du musst ja irgendwie wieder reinkommen. Wieder nach oben. So. Und da geht man wahrscheinlich... ...über diese Leiche hier an der Seite rein. Ja. Ah ja, hallo. Jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt vorhat. Hm. Ich bin... Ich bin... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich bin... Das ist halt doof, dass du jetzt da stehst, ne? Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, warte mal. Aber man kommt von hier nicht da hinten rüber. Warte mal, ich hab jetzt den Riesen besiegt. Kann ich jetzt? Das würde mich mal interessieren. Ich möchte kurz rasten. Und ich kann mir noch mal kurz reisen. Noch mal kurz aufsteigen. Damit ich vielleicht endlich das Großschwert führen kann. Bisschen mehr Belastung reinnehmen. Das war's für heute. Geht's auch weiter. Na, da steht sie diesmal. Ja. Ja. Ist aber da manchmal noch die anderen Seelen auch noch. Warte mal, wir haben aber... Ich kann ja mal, warte mal. Benutzt die Riesenseele ja anders eh nicht so. Wie viele gibt die denn? 6.000, okay. Reicht nicht, ist ärgerlich. 9.200. 9.200 haben wir jetzt. Wo farm ich denn am besten? Ich würde jetzt gerne noch die 12.000 Seelen voll machen und mir einmal das Ding daraus kaufen, dann ist das nämlich weg. War noch 12.000, ne? 14.000, am besten? Hey, customer, don't make me back now, buy something. We call this place Majula. Not too special, if you ask me. It's just the place where everyone seems to aim up. Everyone's so stupid. If you don't have such a book, you'd have to... ...Duster. Oh, okay. Die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, in meine Kiste schmeißen. Warte mal. Das ist eine große Lieder-Shit. Das ist die Kiste, ich weiß nicht. Das ist die Kiste, ich weiß nicht. Das ist die Kiste. Ich glaube, hier kann ich ganz gut farmen. Hier sind ja relativ viele, also in dem Rondell da oben sind ja ganz viele von den Loverbees. Das steht ja gerade gar nicht. Das Rondell muss es gleich richten. Wui. Das hat mich getroffen, Unlockers. Mistlicher. Kommen Sie runter, Janne Mann. Nicht so schüchtern. Ah, klar. Ich war gar nicht rumgekommen, aber ist okay. So, dann fahren wir uns jetzt hier mal noch schnell die Seelen fallen. Ja. Ja.